Herzlich Willkommen bei der Cosmerba GmbH. Das heutige Familienunternehmen befindet sich in Port in Berner Seeland. Cosmerba entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 30 Jahren hochwertige Massagecremes und Öle. Wir sind verlässlicher Partner von Fachinstituten, Therapeuten, Masseuren und Reha-Zentren. Die Energetikcremen und Öle sind ideale Produkte für Massage- und Physiotherapiepraxen, aber auch für Naturkosmetikinstitute. Die Herstellung sämtlicher Produkte erfolgt aus sorgfältig aufbereiteten Pflanzen. Diese unterliegen zusammen mit den hochwertigen Ölen einem besonderen Auszugsverfahren. Daneben kommen reine aus Blättern, Blüten oder aus Samen durch Destillation gewonnene ätherische Öle zur Verarbeitung. Bei der Auswahl unseres Angebots achten wir auf beste Qualität von Rohstoffen und Verarbeitung. Unser moderner Produktionsbetrieb ermöglicht eine effiziente Herstellung, und stetige Innovation der Produkte. Sämtliche Cosmerba-Produkte werden in der Schweiz hergestellt. Wir haben unsere Produkte von Cosmetic Analysis auf Verträglichkeit und Inhaltsstoffe prüfen lassen. Sämtliche Cosmerba-Energetikcremen wurden mit sehr gut bewertet. Eine so hohe Bewertung können nur sehr wenige Hersteller vorweisen. Wir bieten ebenfalls ein breites Sortiment an ca. 40 hochwertigen biologischen Ölen und Fetten. Diese biozertifizierten Öle sind für Naturkosmetik und für die Lebensmittelverarbeitung geeignet. Cosmerba ist ein europaweiter Anbieter von Massage- und Körperpflegemitteln. Mit einer EU-Niederlassung in Koblach-Voralberg sowie zahlreichen autorisierten Partnern in ganz Europa sichert Cosmerba Ihren Kunden eine breite internationale Präsenz. Cosmerba ist Ihr kompetenter Partner für Ihre Haut. Lassen Sie sich von unseren Produkten begeistern. Kontaktieren Sie uns. Wir sind für Sie da.